So, herzlich willkommen bei Ruffles Lugel. Oh, fuck. Oh, fuck. So schnell kann es gehen. Jetzt musste ich natürlich im Internet wieder nach einer Lösung dafür gucken. Laser Bond USA, das ist ein Flüssigkunststoff, den du mit UV-Licht verhärten kannst. Und der verspricht, alle möglichen Kunststoff, Metall, Glas, also jegliches Material wieder zu verkleben. Und das testen wir jetzt. Viel schlimmer kann es jetzt ja nicht mehr werden. Laser Bond USA. Jetzt starten wir damit, dass wir erstmal an der oberen Seite etwas von der Flüssigkeit hier auftragen. Mit diesem Applikator kann ich auch genau dosieren. Das Gute ist jetzt zum Beispiel, ich kann ja entscheiden, wann ich es zum Kleben haben werde. Wo andere jetzt schon wieder hart geworden wären, ist es hier so, dass ich es immer noch weiter bewegen kann. Und jetzt mache ich die obere Stelle einmal. Eins, zwei, drei. Jetzt drehe ich das Ganze nämlich einmal um, sonst hätte ich das ja alleine nicht gepackt. Sonst hätte ja jemand halten müssen. Aber jetzt kann ich ja hier ganz locker an der Seite außen noch was anbrechen. Ich muss es außen machen, weil innen komme ich ja nicht mit dem Licht hin. Lass dich jetzt auch mal wieder fest werden. Eins, zwei, drei. Boah, ist das bombenfest. Also es ist wirklich, wirklich bombenfest. Ich übe jetzt schon echt viel Druck aus. Es ist wirklich bombenfest. Und, sitzt, oder? Kameraden? Perfekt. Perfekt? Perfekt. Perfekt. Es funktioniert. Den Link zum Produkt findest du hier unterhalb in der Videobeschreibung. Also, der Kunststoff hat richtig, richtig gut geklebt. Ich war sehr überrascht. Jetzt haben wir hier den Endgegner. Das ist Holz. Und da auch wieder. Auch von außen trage ich es auf. Na, jetzt wollen wir uns natürlich auch draufsetzen. So, hier ist unser Stuhl. Jetzt mal ehrlich. Es ist einfach der Kippeltest. Alles, alles gut. Also, ich finde es mega geil. Da wünscht man sich ja quasi, dass irgendwas passiert. Also, da haben wir wieder was Neues für den Laserbron. So, da wollen wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Also, jetzt mal ehrlich. Wie geil ist das bitte? Jetzt guckt euch mal ohne Spaß dieses Glas an. Es sind so viele Teile zersprungen. Und wir haben es wieder so hinbekommen, dass es das Wasser drin behält. Wenn wir jetzt da mal sagen, okay, da fällt die Lieblingstasse runter. Da ist der Henkel abgebrochen. Das ist zerfleddert in zwei Teile. Das ist mit dem Laserbron einfach so easy zu machen. Und ohne, dass irgendwie was klebt oder irgendwas. Und ich will ehrlich mit euch sein. Ich habe Blut geleckt. Ich habe richtig, richtig Bock, Dinge zusammen zu kleben. Und ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Aber ich habe mir gedacht, was wäre noch krasser, als ein Schuh einfach irgendwo dran zu kleben. Was wäre noch größer? Zwei Autos. Zwei Autos. Das machen wir jetzt. Laserbron USA. Damit klebe ich die Autos zusammen. Was sagst du? Jetzt vertrau mir mal. Das wird richtig, richtig gut. Pass auf. Oh, nee. Nach dem zigsten Lösungsmittel haben wir unsere Autos jetzt endlich wieder frei bekommen. Sie sind wieder Single. Der Laserbron klebt einfach so heftig. Es ist unfassbar. Egal, also was wir heute alles geklebt haben. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Bock drauf habt, es zu testen, dann habt ihr Glück. Denn wenn ihr einen bestellt, bekommt ihr einen zweiten gratis dazu. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr sagt, der ist kacke, dann kriegt ihr das Geld zurück. Weil ich heute so gut drauf bin, gibt es jetzt einen Baugutschein. Liked das Video, teilt es mit euren Freunden. Der Laserbron kann was. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.